Ich weiß halt nicht, ob der Hase hier drauf als siebter Hase zählt. Nein, das wollte ich nicht nochmal angucken, das weiß ich ja. Also ich könnte es auch gerne nochmal mit dem siebten Hasen probieren, aber... Wenn das auch nicht richtig ist, dann muss ich mich ja auch noch bei einem von dem anderen vertan haben. Ich bin gerade kurz davor, wieder die Lösung aufzumachen. Nein, das ist richtig, okay. Altersflucht! Okay, wie man an den Froschdingens rankommen soll, weiß ich nicht genau. Aber es reicht ja, wenn man drei Lösungen hat, dann kann man die vierte ja relativ... Ach, hier ist... Leck mich am Arsch, hier vorne sitzt der siebte Hase. Okay. Naja. Wie gesagt, der Frosch... Irgendwas mit der Kerze hätten wir machen sollen für den Frosch, aber ich weiß nicht genau, wo man die Kerze hätte benutzen müssen. So. Benutzen wir jetzt erstmal das Triumphzeichen. Ich frage mich, warum es hier immer noch nicht lang geht. Ach, geht es? Oh Gott, jetzt sag mir nicht, hier sind ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Frösche. Ne, keine acht. Okay. Mal rein, Freund. Irgendetwas muss ich mit dir machen. Früher oder später. Im letzten Mal, du hast bei dich geholt. Okay, das heißt, glaube ich, einfach nur... Hier gibt es sonst nichts zu sehen. Ja, das heißt einfach nur, dass wir die Brücke links nicht mehr lang gehen können. Bis zum Frosch kommen wir, aber dafür brauchen wir doch irgendein Item. Vielleicht bekommen wir ja irgendwas für den Triumphgraben. Vielleicht gibt es in der verbrannten Stadt da noch irgendwas zu entdecken. Boah, das sieht alles so kacke aus, hier sind so verbrannt es und so. Das ist echt nicht schön. Aber hier ist ja zum Glück noch alles fit. Komisch, dass ich das Feuer genau an den Stellen, wo er sich nicht wohlgefühlt, dann so schnell wieder ausgebrannt hat, dass alles verbrannt ist, aber an den Stellen... Aber an einen anderen überhaupt nichts gekommen ist. Also wie gesagt, ich kann mir nicht forschen, dass das wirklich der Realität entsprochen hat, hier alles mit dem Brand und so. Weil er sich halt wirklich an fast gar nichts mehr richtig erinnert. Ich hatte euch doch schon mal richtig gedreht, auch leck mich. So. Und der letzte. Okay, P, I und R. Ich weiß nicht, welcher auf welches zeigt. Ich versuche einfach mal... Haben wir hier ein P, haben wir hier ein I, haben wir hier ein R, hier haben wir ein I, hier haben wir ein I und hier haben wir wahrscheinlich dann ein P drin. Okay. Oh, rest in peace. Oh. Ich hatte mit etwas Freudigerem gerechnet. Brrrr. Gut. Wir wissen, wo die letzten beiden Schlüsse sind, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat einer mit dem Frosch zu tun und der andere hier oben mit dem... Obwohl, nee, wir haben ja nur noch einen. Also wir müssen irgendwas mit dem Frosch machen, aber hier oben ist schon der letzte Schlüssel. Das heißt, wir müssen eigentlich erst was mit dem Frosch machen. Wir müssten eigentlich erst was mit dem Frosch machen. Bevor wir hier weiterkommen könnten, benutzen wir den Frosch hier nicht... Ziemlich unnötig eigentlich, ne? Ah. Hattest du nicht gerade eben erzählt? Hier hat all die Koboldlöcher verschlossen. Hä, jetzt sind diese riesigen Bauten wieder weg, aber die Koboldlöcher noch auf? Wohl eine falsche Erinnerung. Nein, keine falsche Erinnerung. Wo hast du das jetzt hingesteckt? Du hast deinen Abenteuer-Umhang nicht dabei. Keine falsche Erinnerung. Screen wieder verlassen, Screen wieder betreten, Löcher wieder zu, Screen wieder verlassen, Screen wieder betreten. Bäume wieder da und wir kommen an den Schlüssel ran, oder? So stelle ich mir das jetzt vor. Erstmal werden wir das Screen verlassen und wieder betreten, ist hier wieder was anders. Beim ersten Mal waren die Löcher zu, wie ihr es auch erzählt habt. Beim zweiten Mal waren hier diese riesigen Gebilde. Jawohl, hier sind die Löcher wieder zu. Beim dritten Mal waren die Leiter hier und jetzt ist es wieder... Jetzt geht es wieder von vorn los. Löcher wieder zu. Und... Kobolde wohnen außerhalb von Löchern. So, jetzt hier Leiter. Und wir brauchen den Frosch tatsächlich nicht. Komisch. Ist da hinten eine Goldmünze vorm Fenster? Na, ist auch egal. Wir können die Leiter eh nicht mitnehmen. So, damit haben wir alle drei Schlüsse. Also der Frosch ist wohl egal. Obwohl wir mit dem interagieren konnten. Und das Loch hier, was er sich so komisch angeschaut hat, von den Wetzelwölfen, war auch vollkommen egal, scheinbar. Hm. Komisch, komisch. Aber wir kommen jetzt zum Drachen und zum Manni. Gwendolyn hat sich ewig nicht mehr gemeldet, obwohl hier sehr viele unlogische Sachen passieren. Die hat wahrscheinlich auch gekündigt und jetzt abgehauen. Äh, ja. Lange hast du noch nie geladen, Spiel. Was war denn jetzt los? Also ich hatte hier eigentlich noch nie wirklich ein Ladescreen. Das war jetzt einfach ein Gebiet, bei dem wir schon 25.000 Mal waren. Und plötzlich haben wir das erste Mal ein Ladescreen? Das ist komisch. Naja, egal. Dann gehen wir hier weg. Gehen wir nochmal durchs verkohlte, verbrannte Dorf. Wo eh keiner mehr wohnt, scheinbar. Komplett verlassen. Niemand mehr zu Hause. Komplette Nachwuchs hat das Königreich verlassen. Genauso wie sein eigener, außer Rosella. Und kein Neuer ist ins Königreich gezogen. Scheinbar in unserer kompletten... In unserer kompletten Zeit im Amt ist niemand Neues ins Königreich gezogen. Ich wusste wieder, wo die Schlüssel waren. Und das Schloss war offen. Ein Geist war noch schnell. Ich steckte das Chrom ein. Es war zu selten, um es liegen zu lassen. Du könntest auch wieder zuschließen, damit die Wölfe nicht in die Stadt kommen. Wobei es jetzt ja mittlerweile eh egal ist. Was ist mit deinem Wetzelwolf-Abzeichen? Mach die Tür wieder zu! Du hast doch jetzt extra ein Abzeichen dafür bekommen. Ja, hier durch den Wald. Da haben wir damals für den Händler das Rad gesucht. Hier war unser erstes Abenteuer. Und hier wird wahrscheinlich auch unser letztes sein. Hier waren wir in jedem außen dem vierten Kapitel einmal. Im dritten wurden wir einmal kurz hineinteleportiert. Viele Abenteurer haben hier ihr Leben gelassen. Ach, das werde ich für die nächsten zehn Jahre spüren. Aber wir haben es noch nicht. Ich muss gar nicht mehr das Abenteuer so auf die Knie gehen. Da schoss ich den Sprung noch. Ich muss die Knöchel stärken. Oh, wenn das Whisper hört. Wenn das Quark hört. Dann gibt es aber hier Dresche, mein Freund. Immer noch der Rechte. Man weiß es nicht. Aber teilweise bist du hier drin noch ziemlich fit, wie du über den Abhang gesprungen bist und so. Augen offen halten, Morden. Er sollte jeden Moment hier sein. Du weißt, was ich von dem Namen halte. Gut, Mordek. Augen auf. Schnell sein. Vermassle das nicht. Vermasseln? Immerhin hält meine Magie dich am Leben. Ja. Und wenn deine Magie Kosmolotion zaubert, die funktioniert, danke ich dir. Aber meine Geduld ist langsam am Ende. Und ich toleriere keine weiteren Fehler. Bruder, ich sagte ja, halte dich von diesen Tränken fern. Aber du wolltest ja nicht hören. Ich habe 30 Lebensjahre damit vergeudet, Hagathas Rezept nachzumachen. Und ich denke, ich schaffe es entweder jetzt oder nie. Beginnt dein Geist etwa zu schwächeln? Hast du vergessen, was ich für dich geopfert habe? Ich habe dich aus der Kälte gerettet. Dich vor der Kobold-Sklaverei bewahrt. Und du beschwerst dich über 30 mickrige Jahre? Tja, manchmal fühle ich mich trotzdem wie der Sklave eines Kobolds. Hüte deine Zunge morgen. Ich warne dich. Hm. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Zu viel mit dem Drachen gespielt? Hat dich eine Katze gekratzt? Was heißt denn, meine Magie hält dich noch am Leben? Wir haben Manni noch nie gesehen. Auch nicht in der Siduette oder so. Ist der vielleicht nur noch ein Geist? Der durch Morden auch hier in der jetzigen Zeit gehalten wird? Wir müssen jetzt auf jeden Fall zu ihm hin. Ich will keine Kristalle finden. Mordak, habe ich deine Flamme nicht vor Jahren ausgelöft? Hab mich unter den Dielen versteckt. Wusste ich's. Wie geht's der Familie? Sie verstehen sich überraschend gut, seit du sie geschrumpft hast. Freut mich sehr zu hören. Aha. Würdest du wohl zur Seite gehen? Ich habe etwas mit deinem Boss zu regeln. Mananen hat mir streng verboten, dich durchzulassen. Außer du kannst beweisen, dass dein Geist noch stark und schnell ist. Und wie soll ich das anstellen? Folge diesen eindeutigen Schildern. Natürlich. Ihr braucht das doch, um ihn wieder zum Leben zu erwecken, weil er nicht... ...dann geleite ich dich zu Mananen. Ich weiß, du wirst nicht ehrlich sein. Aber dennoch ist das alles nur eine ausgeklügelte Falle, die meine Knochen brechen, meine Arme ausreißen oder mich zur Unkenntlichkeit verbiegen soll? Nein. Das klingt wirklich nach Spaß. Wir haben eigentlich einen Beweis, der sagt... der zeigt, dass unser Geist noch schnell ist. Gut. Stell das hier hin und lass mich wissen, wenn du die Kraftprüfung bestanden hast. Hm. Jetzt müssen wir noch eine Kraftprüfung und eine Schnelligkeitsprüfung beweisen und dann kommen wir dahin und dann hat er wahrscheinlich alles zusammen für sein Rezept, um ihn dann wieder fit zu machen. Kraftprüfung. Wieso machst du den Scheiß überhaupt mit? Du wolltest doch nur zu deiner Familie sehen, ob alle noch fit sind. Ich weiß gar nicht, ob ich mir gerade etwas aus- oder eingeringt habe. Ach. Diese Abenteurer, wenn sie auf ihre alten Tage die Abenteuer nicht mehr sein lassen können. Du hast deine glückliche Familie und du stellst dein komplettes Leben aufs Spiel. Indem du hier so einen Scheiß machst. das war viel zu einfach. Oh, vielleicht war es doch nicht so einfach. alles klar? Naja, ich, ich habe nur lange nicht mehr an diese Geschichten gedacht. Deine Ohren sind ganz rot. Gib mir einen Moment. Jetzt wird es etwas verrückt. Ich sollte mich vorher ausruhen. Würdest du wohl Oma holen? Ich komme später wieder. Oh, dich aus, Schatz. Bis nach dem Abendessen. Ist schon gut. Lass dir Zeit. Und Leute, wenn du mich brauchst. Gute Nacht, Liebes. Nein. 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 Denk an dein Versprechen. Such stets das Abenteuer. Oh, 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 Nein. Lass es sein. Verschwende deine letzte Kraft nicht auf einem Abenteuer, sondern behalte sie für deine Familie. Oh, Gott. ich hatte mich schon gefragt, wo du hin bist. Hä? Nein. Jetzt noch nicht. Ich sollte doch noch ein letzter... Der Tod? Oh, ich kämpfe. Das verspreche ich. Kommt ihn der Tod besuchen? Oh, ich fürchte, du hast recht. du triffst eben immer ins Schwarze. Es stimmt. Der Spiegel sagte nicht, ich erlebe noch ein Abenteuer. Nur, dass mein Abenteuer weiterlebt. Ich sage noch, lebe wohl. Achaka. Er sieht schon Geister. riechst du dieses Kainit, Graham? Das ist ein Giftgas, fürchte ich. Eines, das angeblich die Geisteskraft herausfordert. Wett. Erinnerung lässt sich im Stich, um zu beweisen, dass dein Geist noch immer stark ist, musst du deine eigenen Gedanken überleben. Sag mir nicht, dass es... Jetzt sag mir nicht, dass es alte... Das ist das alte Kingsquist. Das ist doch wahrscheinlich eine Anlehnung daran. Punkte 0 von 8, Sound 1. Mit der Liebe meines Lebens reden. Königin Valenais, bitte dich zu bleiben. Liebling, übernimmst dich noch. Leg dich bitte nicht mit meinen Annen an. Bleib hier bei deiner Familie. In diesem Königreich, äh, in diesem miserablen Zustand werde ich das Königreich nicht unseren Kindern hinterlassen. Rosalind, ich könnte das Königreich wieder aufbauen, bitte lass uns helfen. Du musst dich mit deiner nicht alleine stellen. Ich muss leider sohn. Paar, du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt nur dich. Es gibt noch immer viele Schätze, die ich euch hinterlassen möchte. Du findest deine goldenes Mejallon und steckst es in deine Tasche. Du weißt zwar nicht genau, wofür, aber du hast das ursprüngliche, das untrügliche Gefühl, dass du diesen Schatz später noch brauchen wirst. Ja, schon mal 4 von 8 Punkten. Was bitte ist Rüstung? Oh Gott. Diese scheiß Wortspiele. Sie vorne sieht anders aus. Achaka, ja. Hinter Achakas Büste siehst du eine Perlenreihe. Du hebst die wertvollen, aber unnützen Perlen auf und steckst sie in eine skiendlose große Tasche. Okay. 6 von 8. Das Burgungeheuer. Warte, was stand da? Egal, wir haben 7 von 8. Da ist ein Loch im Baum. Siehre freut sich sehr, dass du King's Quest gespielt hast. Es tut uns sehr leid, dass du es nicht geschafft hast. Wir hoffen beim nächsten Mal, dass du mehr Erfolg hast. Viel Glück. Was war das denn gerade für Musik? Oh Gott, sind das die einzelnen Grafikstudie, die die ganzen King's Quest Teile durchgelebt haben? Schon ganz cool eigentlich. Acorn und Whisper. Aber auch als Skelette. Sind die auch mittlerweile schon tot? Totentanz! Oh Gott, auch die Bäcker sind mittlerweile tot. Wenn man die Alt-Kings-Fest-Teile gespielt hat, ist das bestimmt mega nostalgisch. Germ? Seid ihr das? Ja, natürlich. Diesen Duft erkenne ich überall. Riecht nach Legende. Und Sauerkirschen. Etwas nach Senf. Aber vor allem nach Legende. Winti! Bremble! Moment! Wenn ihr hier seid, bin ich dann etwa... Nur ruhig, Zucker-Muffin. So weit ist es noch nicht. Wir helfen euch nur auf der Reise durch euer Herz. Oh, und was sagt euch mein Herz? Dass ich einen letzten Rat brauche? Vielleicht, wie ich Money überliste? Oder wie ich dafür sorge, dass das Vermächtnis von König Graham dem Mitfühlenden nicht verfällt? Ihr habt wohl das falsche Rezept für Vermächtnisse. Es ist nicht wichtig, was man für die Leute hinterlässt, sondern was man in den Leuten hinterlässt. Euer Königreich sollte den Jungen gehören, Graham. Das war's? Keine Wortspiele? Oder einen Gegenstand, der alle meine Probleme in Luft auflöst? Wir haben euch alles gegeben. Den Rest müsst ihr herausfinden allein. sein. Danke. Steh auf, Graham. Der Geist ist stark. Nimm ihn mit. Okay, ich hätte den großen genommen, aber egal. Geiste Stärke vergeht nicht. Und raus hier. War das jetzt die Stärkeprüfung? Okay, ach, wir haben die Stärkeprüfung für unseren Verstand. Die erste Prüfung hat quasi bewiesen, dass unser Verstand noch schnell ist, das ist das Schloss, und die zweite Prüfung hier hat bewiesen, dass unser Verstand noch stark ist. So, und was habt ihr jetzt gemacht? Was ist mit Manny? Hast du jetzt alles, um ihn wieder zurückzuholen? Sehr gut. Bitte hier entlang. Tja, wo ist er? Miau, verzaubert erfreut. Hahaha, seh mal einer an. Die Katze lässt das zaubern nicht. Achte auf deine Worte, König. Meine Spezies sagt nichts über meine Fähigkeiten aus. Ich habe nichts gegen Katzen, Manny, oder Kobolde, oder Sphinx, aber gegen dich. Egal, das Duell hat kaum begonnen, und ich habe schon gewonnen.